Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch von meiner Seite und führe Sie nun sozusagen vielleicht etwas überraschend, gar nicht zentral in die direkte Demokratie, sondern in den Rechtsstaat, die Schweiz ein sozusagen, der ja auch ist. Herr Landermann-Hofmann hat ja schon darauf hingewiesen und ja, der ist ganz allgemein sicherlich nicht auf dem Rückzug. Die Frage stellt sich, wie arbeiten oder wie wirken diese drei Beine, die ja schon genannt wurden, in Kanton Aargau beispielsweise zusammen, zwischen Verfahrensbeteiligung, was auch als deliberatives Verfahren bezeichnet wurde, direktdemokratische Verfahren und dann anschließend der gerichtliche Rechtsschutz. Wie wirkt das zusammen? Tja, dann fragen wir uns zunächst mal, wie können wir demokratische Legitimation bei Großprojekten schaffen? Hier im Angesicht des Stuttgarter Bahnhofs muss man das Thema, muss man nicht in das Thema einführen. Auch Großprojekte brauchen Legitimation. Wenn gleich seinerzeit als direkte Demokratie eingeführt wurde, man dachte, dass sich die Legitimation natürlich insbesondere auf Parlamentsbeschlüsse generell abstrakter Art beziehen müsse. Also Gesetze beispielsweise, die Idee von Rousseau wirkte in der Schweiz natürlich sehr stark, die Selbstgesetzgebung der Bürgerinnen und Bürger. Aber man sah dann natürlich bald, dass nicht nur die Gesetze und Verfassungen die Bürgerinnen und Bürger betreffen, sondern auch Einzelfallentscheidungen, auch Großprojekte. Und ja, nach und nach wurden dann auch Ausgabenbeschlüsse und andere Einzelakte dem Referendum unterstellt. Dabei ergeben sich aber einige Probleme. Wie wählt man beispielsweise die Personen aus und zwar auf allen Ebenen? Zunächst bei der Verfahrensbeteiligung, aber auch bei der direktdemokratischen Entscheidung. Wer soll überhaupt über ein Großprojekt entscheiden? Und das richtet sich in der Schweiz eigentlich immer nach der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung. Also wenn halt die Gemeinde zuständig ist, dann ist es nur das Volk dieser Gemeinde. Wenn der Kanton zuständig ist, das Volk des betreffenden Kantons. Probleme ergeben sich daraus, dass die Gemeinden und Kantone halt sehr unterschiedlich groß sind. Und beispielsweise auch der Kanton Aargau vital vom Anflügen und Abflügen des Kantons Zürich betroffen ist, dabei aber nicht mitentscheiden darf, weil der Kanton Zürich eben eine Angelegenheit dieses Kantons ist. Die Auswirkungen ist Ihnen ja auch bekannt gehend bis nach Deutschland. Und das demokratische Legitimationsverfahren ist eben oder war eben sehr lange auf dieses Gesetzgebungsverfahren ausgerichtet. Und man überlegte sich, wie man dem entgegenwirken kann, auch in der Schweiz natürlich. Man kann das durch irgendwelche Kunstgriffe machen, dass man beispielsweise, wie das beim Gotthard-Basistunnel der Fall ist, der im nächsten Jahr eröffnet werden wird, der längste Eisenbahntunnel der Welt, dass man halt einfach in ein Gesetz hineinschreibt, dass der gebaut wird und dann kann man es dadurch sozusagen dem Referendum unterstellen. Das ändert aber nichts daran, dass auch in der Schweiz ein großes Konfliktpotenzial besteht, wenn es um Straßenbauten, Hochspannungsleitungen, Kraftwerke aller Art oder sonstige Infrastrukturprojekte geht. Und da ist man natürlich sehr früh dann dazu gekommen, spätestens mit den Verwaltungsverfahrensgesetzen, dass es irgendwie ergänzende Instrumente noch zu diesem klassischen demokratischen Legitimationsverfahren geben muss, nämlich einmal, dass man die Betroffenen schon im Verwaltungsverfahren vorher beteiligt, das ist ja auch bei Ihnen hier das große Thema, und dass es danach auch noch im Regelfall ein rechtsstaatliches Kontrollverfahren geben soll. Und wie diese drei Elemente zusammenwirken, das möchte ich Ihnen anhand eines Beispiels aus dem Kanton Aargau zeigen, nämlich an der Südwestumfahrung Bruck. Es geht im Wesentlichen um diesen roten Ast, der die Zentren von Bruck und Windisch vom Verkehr entlasten soll. Und ja, dieses Verfahren zeigt eigentlich sehr gut, wie das alles zusammenwirkt. Und wir müssen da unterscheiden zwischen dem generellen Projekt, also das Ganze soll vermeiden, dass das eben passiert, dass schon alles vorab entschieden ist, und dass, wenn die Bürgerinnen und Bürger mitsprechen können, dass dann nichts mehr zu entscheiden ist. Das versucht man eigentlich zu vermeiden, indem man zunächst mal ein generelles Projekt sozusagen zur Diskussion stellt und erst später dann zum Ausführungsprojekt kommt. Bei dem generellen Projekt können zunächst mal Stellungnahmen der Betroffenen einfließen, oft auch gebündelt durch die Gemeinden, durch regionale Verbände und weitere Organisationen. Es finden oft öffentliche Anhörungen statt, das war auch in diesem Fall so. Da auch noch die Gemeinde einen Teil dieser Straße besaß, musste sie ausnahmsweise, das muss nicht immer so sein, auch noch zustimmen, weil es eben eine Ausgabe für die Gemeinde bedeutete. Das war auch geschehen mit 60 Prozent Ja-Stimmen. Dann hat der Regierungsrat, also die Regierung an den Großen Rat, das Parlament, die Botschaft verabschiedet, wo alles drin stand über dieses generelle Projekt. Der Große Rat, also das Parlament, hat dem zugestimmt, hat den Kredit bewilligt und hat also zunächst schon mal eine parlamentarische Legitimation geschaffen. Dann wurde gegen diesen Kredit das Referendum ergriffen, nicht durch die Stimmberechtigten, was auch möglich gewesen wäre. In jüngerer Zeit kommt es immer häufiger vor, dass Parlamentsminderheiten das sogenannte Behördenreferendum oder Kantonsratsreferendum ergreifen, weil man sozusagen sich nicht dem Verdacht aussetzen will, dass man erst die Bürgerinnen und Bürger in die Lage begeben müsste, Unterschriften zu sammeln. Man macht es einfacher und die Minderheit des Parlaments ergreift schon das Ausgabenreferendum. Wenn das nicht der Fall ist, könnten es aber die Stimmberechtigten trotzdem tun. Es kam dann im Juni 2013 zu einer Abstimmung im ganzen Kanton, der den maßgeblichen Anteil bezahlen musste und es gab 68 Prozent Ja-Stimmen. Auf dieser Grundlage wurde dann in der zweiten Stufe das Ausführungsprojekt ausgearbeitet und da fand dann anhand dieses konkreten Projekts wiederum eine öffentliche Auflage in den Gemeinden statt. Also man wusste dann schon genau, wie die Linienführung sein würde, was die Auswirkungen im Detail sein würden und da haben nun drei Umweltverbände Einwendungen erhoben. Das könnten aber auch und in den meisten Fällen sind es auch sonstige Bürgerinnen und Bürger oder Gemeinden sein, die solche Einwendungen erheben und der Regierungsrat hat jetzt eben die Aufgabe, also die Verwaltung sozusagen über diese Einwendungen zu entscheiden, die halt abzuweisen, wenn er das Projekt genehmigen möchte. Das wird er aller Voraussicht nach wohl tun, würde ich mal spekulieren. Allerdings bedeutet das noch lange nicht, dass dann das Verfahren zu Ende ist, sondern dann schlägt der Rechtsstaat Schweiz sozusagen voll zu und ich möchte es nochmal betonen, es gibt in der Bundesverfassung Artikel 29a ein Grundrecht auf Rechtsweg bei Rechtsstreitigkeiten. Also jeder Mensch in der Schweiz hat, wenn er sich auf irgendein subjektives Recht, beispielsweise auf ein Grundrecht berufen kann, das Recht, das vor einem Gericht geltend zu machen. Ausnahme, Herr Grünenfelder hat ja schon darauf hingewiesen, sind einzig und allein Gesetze des Bundes, die aber von der Bundesversammlung, vom Parlament erlassen werden, also nicht vom Volk selbst. Das heißt also, die Letztverantwortung auf Bundesebene trägt das Parlament. Ansonsten aber haben Sie immer die Möglichkeit, auch in der Schweiz und sogar aus dem Ausland heraus, ich will niemanden aus Südbaden hier gegen Planungsentscheidungen beim Flughafen Zürich aufbringen oder mögliche Atomendlager, die in Grenznähe entstehen werden. Aber selbst Menschen, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, können sich auf diese Grundrechte berufen. Das nur in der Klammer, was nicht bedeutet, dass das Ganze unproblematisch wäre. Denn es folgt nun, wenn der Regierungsrat entschieden haben wird, dann ein gerichtliches Rechtsschutzverfahren. Zunächst mal Möglichkeit der Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Aargau. Und das könnte dann noch weitergezogen werden ans Bundesgericht. Auf der Homepage des Kantons sieht man den geplanten Baubeginn 2016 in Betrieb, damit 2019. Ich glaube, ich trete Ihnen nicht so nahe, wenn ich das als sehr ambitioniert bezeichne, wenn die Umweltverbände tatsächlich das gesamte Verfahren durchziehen. Ich möchte aber auch betonen, ich will nicht die Umweltverbände, es ist einfach im konkreten Fall so. Meist sind es Privatpersonen, oft auch Gemeinden. Beispielsweise ein wichtiger Tunnel in der Nordumfahrung Zürich wird von einer Gemeinde seit Jahren blockiert, wobei allerdings jeweils die Gemeindeversammlung direktdemokratisch entschieden hat, dass die Gemeinde dort vor Gericht ziehen soll. Ein Ausblick, das ist aber die Situation im Kanton, sozusagen bei kantonalen Planungen, wo wir eine sehr breite Beteiligung haben, sowohl im Verwaltungsverfahren als auch direktdemokratisch über das Ausgabenreferendum und schließlich dann nochmal im gerichtlichen Verfahren. Das deckt sich in einigen Gesichtspunkten mit Planungen, die vom Bund durchgeführt werden. Und das sind zunehmend mehr, beispielsweise die Nationalstraßen, also die Autobahnen, die durch die Schweiz führen, Eisenbahnschienen oder auch die Hochspannungsleitungen. Und hier gibt es einen wunden Punkt, wenn man so will, oder der zunehmend für Diskussionen sorgt. Das ist das Rote Kreuz bei der direktdemokratischen Entscheidung auf Bundesebene. Es gibt einen Ausnahmefall, den ich Ihnen gleich zeige, aber in aller Regel ist es so, dass wenn der Bund ein Projekt, eine Planung durchführt, dann ist auf allen Stufen zwar eine Verfahrensbeteiligung gegeben, abschließend auch gerichtlicher Rechtsschutz beim Bundesgericht möglich, aber es findet keine direktdemokratische Entscheidung statt. Das führt aber zunehmend zu Unmut, sodass Sie beispielsweise jetzt im Kanton Schwyz eine Volksinitiative haben, die sich mit dieser Aufgabenverteilung nicht abfinden will. Die verlangen, dass die Regierung des Kantons Schwyz oder alle Behörden des Kantons darauf hinwirken, irgendwie diese Autobahn, die A4, das Tunnelprojekt an der Achsenstraße zu verhindern, obwohl der Kanton hier keine Kompetenzen hat. Das Kantonsparlament wird entscheiden müssen, ob die überhaupt gültig ist. Experten gehen davon aus, ja, weil eben die Verpflichtung so weich ist, also der Kanton soll halt auf den Bund irgendwie einreden oder sonst wie da Druck ausüben, wie auch immer durch die eigenen Parlamentarier oder wie immer das auch geschehen kann. Eine weitere Möglichkeit, Druck auf den Bund in solchen Verfahren auszuüben, ist das sogenannte Vernehmlassungsreferendum, das beispielsweise der Kanton Schaffhausen besitzt. Im Kanton Aargau gibt es dieses Instrument nicht, aber in Schaffhausen beispielsweise entscheiden die Stimmberechtigten zwingend über die Stellungnahme des Kantons Schaffhausen zu handeln des Bundes über die Aufnahme von neuen Nationalstraßen ins Nationalstraßennetz. Das heißt also, auf diese Weise kann der politische Druck jedenfalls im Kanton erhöht werden. Abschließend und kurz, da auch Herr Ebersold dann noch darüber berichten wird, aber dennoch als Ausnahme und vielleicht als Vorläufermodell für weitere solche Verfahren dient die Suche oder dient das Endlager für radioaktive Abfälle, dass er irgendwann mal 2030 bewilligt werden muss, wo die Rahmenbewilligung erteilt werden muss oder wohl wird, dann wird es noch eine Baubewilligung und eine Betriebsbewilligung geben, aber entscheidend ist natürlich die Rahmenbewilligung. Wenn die erteilt ist, dann wird auch das Endlager an diesem Standort gebaut werden. Dort findet schon im Vorfeld eine Beteiligung der Öffentlichkeit sehr intensiv statt. Wiederum sehen hierfür einige Kantone das Vernehmlassungsreferendum vor. Also Schaffhausen wird seine Stellungnahme zwingend durch eine Volksabstimmung absegnen und dann wird die Rahmenbewilligung durch die Bundesversammlung genehmigt werden, nachdem sie der Bundesrat erteilt hat. Und hier besteht dann, anders als bei allen anderen Verfahren, die vom Bund durchgeführt werden, noch die Möglichkeit, das fakultative Referendum auf Bundesebene zu ergreifen. Also hier wird dann die Bevölkerung in der gesamten Schweiz darüber entscheiden, ob das Atomendlager in einen der geplanten Standorte kommen wird, den sie dann sehen werden. Hiergegen gibt es keinen gerichtlichen Rechtsschutz, weder für Inländer noch für Personen, die im Ausland sitzen, wenn diese Entscheidung gefallen ist und in diese Richtung könnte vielleicht die Entwicklung gehen. Ich habe heute Morgen in der Aargauer Zeitung gesehen, dass beispielsweise dieses Beschwerdeverfahren von einigen Großräten angegriffen wird, dass man das beschleunigen soll. Das ist eine allgemeine Diskussion, dass die Beschwerdeverfahren, die Rechtsschutzverfahren zu lange dauern. In diese Richtung könnte es gehen. Im Bund versucht man es vielleicht in gewisser Weise so zu machen. Das heißt also, den Rechtsschutz durch direktdemokratische Entscheidungen zu kompensieren. Das sollte Ihnen aufzeigen, dass wir es hier mit einem sehr komplexen Zusammenspiel all dieser Elemente zu tun haben, dass die Schweiz ein sehr ausgebauter Rechtsstaat ist, der auch zu Verzögerungen führen kann, dass aber ausgerechnet bei der direkten Demokratie im Moment eigentlich das größte Manko empfunden wird, dass die Zentralisierung zu weniger direkter Demokratie führt. Und das wäre vielleicht auch ein Grund, um mithilfe einer Verfassungsgerichtsbarkeit weitere Zentralisierungen zu verhindern. Denn durch diese Hintertür könnte auch die direkte Demokratie letzten Endes ausgehebelt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Professor Andreas Glaser, für diese sehr engagierten Ausführungen. Also so ein engagierter Jurist, das hört man selten. Man müsste jetzt aber eigentlich, was wir jetzt gehört haben, ist eigentlich eine Illustration dessen, was wir von Herrn Professor Selle schon gehört haben. Es braucht Verfahren, einen Entscheid, dann wieder ein Verfahren, dann wieder einen Entscheid und so weiter und so fort, bis man irgendwie zum Ende kommt. Das war sozusagen das Bild der Schweiz. Das Bild aus Ihrer Studie war, die Leute wollen in einer repräsentativen Demokratie am Ende eben entscheiden und nicht nur mitreden. Zwei Bilder, zwei Demokratien. Ich möchte jetzt wirklich einmal Sie fragen, möchten Sie eine Frage an diese beiden Referenten richten? Wir wollen ja nicht nur zuhören, Sie haben nachher in den Workshops noch viel Gelegenheit zum Reden, aber bitteschön, Sie haben jetzt da zwei wirklich spannende Ausführungen gehört. Ja, bitteschön. Ein Mikrofon kommt. Ja, mein Name ist Theo Schiller. Ich habe eine Frage, Herr Glaser, ganz zum Ende haben Sie ja diese Ausnahme bei der Endlagersuche gekennzeichnet. Und vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen, wie es dazu kam, dass in diesem Fall eben nicht Gesetzesreferendum, sondern ein Verwaltungsreferendum möglich ist. Das ist eine sehr schöne Frage. Wir haben einfach nachher genau ein Referat zu diesem Thema. Deshalb bitte ich um eine ganz kurze Einschätzung, weil wir das nachher noch ausführlich hören. Ganz kurz, ja, weil man es einfach aus politischen Gründen so ins Kernenergiegesetz hineingeschrieben hat. Das ist eine große Kritik am Verwaltungsreferendum, dass in der Verfassung sozusagen nur seine Blankoermächtigung an den Gesetzgeber steht, wo drinsteht, der Gesetzgeber kann im Gesetz festlegen, in welchen Fällen er das Referendum anordnen möchte. Und hier hat man eben mehr oder weniger so einen Aushandlungsprozess, um sozusagen den Initianten, die den Ausstieg aus der Kernenergie wollten oder die wenigstens ein Moratorium bei der Errichtung neuer Kernkraftwerke wollten, denen ist man entgegengekommen und hat ins Kernenergiegesetz dann diese Referendumsklausel hineingeschrieben. Was man weggenommen hat, das vielleicht noch zur Ergänzung, ist das Vetorecht der Standortkantone, das es vorher gab. Das will man nicht mehr. Das soll jetzt im gesamten Bund entschieden werden. Ich hätte es Ihnen gar nicht geben sollen. Wir werden das wirklich noch ausführlicher diskutieren. Und da sind Sie einfach einverstanden, dass Sie entscheiden wollen, nehme ich an. Interpretiere ich das richtig? Was würden denn Sie dem Land Baden-Württemberg mitgeben aufgrund Ihrer Studie? Frau Erler zuckte gerade auch schon. Also es ist natürlich nicht so, dass Bürger sagen, ich möchte alles entscheiden. Nein, alles habe ich nicht gesagt, aber es hat den höchsten Ausschlag. Es gibt auf jeden Fall den Ausschlag dahin. Man muss aber auch sehen, wir haben ja eben auch nicht nur auf direkte Demokratie fokussiert, sondern genauso gut auch auf Dialogverfahren. Und das möchte ich nochmal sehr deutlich machen. Es ging eben nicht darum, dass Sie gesagt haben, wir möchten immer alles entscheiden, sondern die wichtigen lokalen, kommunalen Fragen. Da möchten wir irgendwo die Handbremse haben, wenn man so möchte. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Möglichkeit, in Dialogverfahren mitzuwirken. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, das eben auch zu sehen. Nicht nur die direkte Demokratie, sondern auch die Dialogverfahren wurden hier sehr gewünscht. Das andere, ganz kurz, was ich hier empfehlen würde, ist das, was schon mehrfach angesprochen wird, wo Baden-Württemberg aber auch sehr weit vorne ist, das Thema Qualitätsstandards. Wir haben eben gesehen, was für Folgen es haben kann, wenn zwar Beteiligung durchgeführt wird, aber sie eben bei den Bürgern schlecht ankommt. Dass wir also wirklich negative Konsequenzen für die Demokratiezufriedenheit haben. Und das möchte ich einfach nochmal sehr in Erinnerung rufen. Also wenn Beteiligung gemacht wird, dann bitte Gute. Danke sehr. Ja, bitte. Ergänzung dazu. Ich glaube, das Ganze kann sich aber nicht nur mitreden wollen oder in der bloßen Diskussion erschöpfen. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger brauchen auch irgendwann mal das Erlebnis, das haben wir mit unserer Mehrheitsentscheidung verhindert. Beispiel, nur als Anekdote, im April dieses Jahres, wie jedes Jahr am letzten Sonntag im April, Landsgemeinde in Appenzell-Inneroden. Die Standeskommission, die Kantonsregierung wollte ein neues Schwimmbad errichten lassen. Es gab zuvor keine merkliche Opposition. Der Landarmann ging davon aus, dass das durchgehen würde, aber dann erstaunlich viele Hände im Himmel, die gegen dieses Schwimmbad waren. Warum? Man weiß es nicht. Appenzell-Inneroden wird mit und ohne Schwimmbad weiter existieren, aber ich glaube, es braucht schon einmal auch dieses Erlebnis, dass die Bürgerinnen und Bürger gegen den Willen der Obrigkeit sozusagen etwas verhindert haben oder auch durchgesetzt haben. Ich glaube, das bloße, jetzt haben wir mal darüber geredet oder wir haben es uns jetzt erklärt, das ist schon ein Aspekt, aber es reicht nicht ganz. Ich glaube, wichtig ist, dass man jedenfalls diese Möglichkeit in der Hinterhand hat und das stärkt ja auch die Position in den Verhandlungen ganz maßgeblich, wenn Sie eben in der Beteiligung sagen können, wenn ihr uns jetzt nicht entgegenkommt, dann ergreifen wir das Referendum oder dann machen wir eine Kampagne dagegen und das stärkt die Verhandlungsposition schon. Ich glaube, es braucht manchmal schon auch diesen Sieg über die gewählten Politikerinnen und Politiker. Ja, sagt der engagierte Demokrat. Ich danke Ihnen beiden für diese Ausführung.